Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du hast unbegrenzt Barrikaden und kannst beliebig viele errichten, um deine Position zu sichern Barrikaden sind nur begrenzt haltbar, ein einzelner Nahkampftreffer eines Angreifers reicht aus, um durchzubrechen Bei drei Nahkampftreffern stürzen sie vollständig ein Auch Schüsse können Barrikaden zerstören Manche Schusswaffen sind effektiver als andere So wird zum Beispiel eine Schrotflinte effektiver sein als eine Pistole Sprengladungen durchbrechen Barrikaden schnell Platziere die Ladung, rück beiseite und sprenge die Barrikade aus der Ferne Der Rauch und die Trümmer bieten Deckung, während du die neue Sichtlinie nutzt Deine Sky Deine Sky Dirk Untertitelung des ZDF, 2020